Ja, dieses Jahr auf der CES 2020, The Vision of Tomorrow's Next Big Thing, unser Showcar Vision AVTR, was wir hier erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Advanced Vehicle Transformation, inspiriert aus der Kooperation mit den Machern des Films Avatar. In Ergänzung dazu zeigen wir unseren EQC, den vollelektrischen EQC, eine Mobilität, die Sie heute schon erleben können. Und unseren Vision EQS, eine Vision dessen, was als nächstes kommt. Die Marke Mercedes-Benz und die Macher von Avatars teilen relativ viele gemeinsame Werte, wie zum Beispiel den Pioniergeist, diesen Drang, was ist das nächste Große, die Innovation, Nachhaltigkeit. Und all dieses hat uns inspiriert in dieser Zusammenarbeit. Und viele der Dinge, die aus dem Merchant, dem Zusammenwachsen von Mensch, Maschine und Natur passieren kann, was wir im Film Avatar gesehen haben, werden Sie in einer neuen Interpretation in unserem Vision AVTR sehen. In unserem Vision AVTR sehen Sie, dass das Fahrzeug Sie erkennt. Also da gibt es einen Control Unit in der Mitte, Sie legen Ihre Hand auf, das Fahrzeug erkennt Sie. Wenn Sie dem Fahrzeug Signale geben wollen, öffnen Sie die Hand, es wird eine Projektion erzeugt und das Fahrzeug erkennt, was Sie machen wollen. Das ist die Vision dessen, noch intuitiver, noch nahtloser, dass die Maschine uns als Menschen erkennt und so noch besser auf unsere Bedürfnisse eingehen kann. Für uns ist es entscheidend, unseren Kunden, die mit der Luxusmarke Mercedes eine Erwartung verbinden, diese auch so nahtlos, so intuitiv und auch so vorausschauend wie möglich deren Bedürfnisse zu befriedigen. In der Kooperation mit den Machern von Avatar sind wir weit über diese Grenzen hinausgegangen, die Verbindung Mensch, Maschine und Natur neu zu interpretieren und noch mehr damit aufzunehmen, um morgen unseren Kunden noch ein besseres Kundenerlebnis über Mercedes-Me-ID, über das, was heute schon in MBUX erlebbar ist, weiterhin anzubieten. Für uns war 2019 ein tolles Jahr, für uns war es das neunte Rekordjahr in Folge. Darauf sind wir sehr stolz und wir sind sehr dankbar, dass die Kunden in der ganzen Welt begeistert sind von unseren Fahrzeugen und wir sind total motiviert, 2020 weiterhin erfolgreich unsere Fahrzeuge den Kunden zu verkaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.